Musik Mein Dad fragte, Junge, was soll aus dir werden? Du musst hart sein und viel Lärm in dir aufwärmen. Und er sagte, glaube mir, dass ich dich sehr gerne mag. Doch leider träumst du stets nur in dem Tag. Und ich flüsterte ihm ins Ohr, Dad, das geht in mir vor. Ich hätte gerne die Schwinge eines Adlers, würde gern kreisen über Berg, Tal und Feld. Mich dabei so leicht und frei fühlen, ja, das wäre mein größter Wunsch auf dieser Welt. Das ist das, was für mich zählt. Dafür verzichte ich gerne ausgehört. Untertitelung des ZDF, 2020 In der Stadt gibt's nur Hektik und Getriebe. Wenig Herz, meist nur käuflich selbst die Liebe. Oder rede nur von Business, nur von Konjunktur. Im Gefühlen gibt es hier keine Spur. Dann halte ich mir zu das Ohr, und das geht ihm mir vor. Ich hätte gerne die Schwinge eines Adlers, würde gern kreisen über Berg, Tal und Feld. Mich dabei so leicht und frei fühlen, ja, das wäre mein größter Wunsch auf dieser Welt. Das ist das, was für mich zählt, dafür verzichte ich gerne ausgehört. Und das Leben wollte mich hart werden lassen, wollte mein Herz und die Gefühle kalt umfassen. Doch ich wehrte mich zu werden, wie ein Mensch ganz auf Stein. Gerecht und ehrlich wollte ich weiter sein. Und bis ich gehe durchs Himmelsdor, schwebt dieser Wunsch mir vor. Ich hätte gerne die Schwinge eines Adlers, würde gern kreisen über Berg, Tal und Feld. Mich dabei so leicht und frei fühlen, ja, das wäre mein größter Wunsch auf dieser Welt. Das ist das, was für mich zählt, dafür verzichte ich gerne ausgehört. Ja, dafür verzichte ich gerne ausgehört.